Ja, Horst Schlemmer, ich bin Chefvertretender Chefredaktor vom Gräbebräuchertagplatz. Ich habe so einen Hals, weißt du? Weil in dieser Autoreklame sagen die doch, dass das Baguette sich verbiegt. Ja, ich meine, die spinnen. Komm mal mit. Morgen. Morgen, Schätzlein. Hör mal, Schätzlein, ich grüße dich. Ja, hallo. Ich bin der Hans, weißt du? Hör mal, Schätzlein, machst du mir bitte ein Baguette? Ein Baguette? Ja, gib mir mal so ein schönes Baguette, ich zeig dir was. Hast du eins? Ja. Jetzt fass mal auf, gib mir mal das Baguette. Und jetzt guck mal hier, pass auf. Ist das verbogen? Nein, das ist gebrochen. Das ist alles Quatsch, was die uns erzählen. Da wisst du Bescheid, ich hab's vorher gesagt. Hier, Schätzlein, mach dich nicht verrückt, ne? Du machst Bescheid. Lecker Häschen ist das, ne? Ach so, hör mal, Schätzlein, was macht das? Das Baguette? Das Baguette, 2,50 Euro, weil kaputt gemacht worden ist. Ist ja für einen guten Zweck gewesen. Hör mal, tust du mir noch schön zwei Teilchen mit Sahne? Ja, dann haben wir leider nicht. Dann machst du ohne Sahne. Ich hab heute Nachmittag, krieg ich noch Besuch. Ja. Zum Kaffee. So ab 5. Oder ab wann hast du frei? Au reiner auf. Das ist schon. Untertitelung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Zum einen. Vielen Dank.